Todgalerie. Ich arbeite sicher schon seit 2,5 Monaten an dieser Ausstellung, weil ich ein maler Künstler bin, der relativ spät eigentlich dann beginnt, aber dafür sind die Ideen dann zöhn den Dach. Ich brauche immer eine kleine Geschichte zu meinen Bildern, ich brauche einen Hintergrund, der das eigentlich logisch erscheinen lassen kann, wie so, dass ich das mal.